Hier geht es weiter mit zwei Gesetzentwürfen gleich. Zum einen zum sogenannten Wohngeld-Plus-Gesetz und zum anderen um ein Heizkostenzuschussgesetz. Das Wohngeld-Plus-Gesetz wird eingebracht von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP, kurz der Ampelfraktionen. Und das Heizkostenzuschussgesetz wird hier eingebracht von der Bundesregierung. Beide Gesetzgebungsverfahren, die Inhalte der jeweiligen Gesetze hängen natürlich zusammen mit der Energiekrise, mit der Energiekostenkrise. Das Wohngeld-Plus war schon angekündigt worden im Juli von der Bundesregierung. Es ist Teil des Entlastungspaketes 3, ebenso wie im weiteren Verlauf der Debatten auch noch mal über weitere Heizkostenzuschüsse beispielsweise. Das hören wir heute Nachmittag dann übrigens auch noch mal auf der Tagesordnung, wenn es um eine Energiepreispauschale an Rentner, Rentnerinnen und Versorgungsbeziehende geht. Diese Debatte sollte eigentlich beginnen mit der Bundesbauministerin, und da sehen wir sie auch, Klara Geibitz, auf dem Weg zum Pult. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Die hohen Energiepreise treffen viele Menschen in Deutschland hart, aber am härtesten treffen sie doch diejenigen, die sowieso mit sehr wenig Geld auskommen müssen. Und sie spüren das ganz direkt in ihrem eigentlich geschützesten Lebensumfeld, nämlich der Wohnung. Die Wohnung kostet bereits jetzt einen großen Teil ihres Einkommens, und angesichts der stark gestiegenen Preise bleibt am Ende nur noch sehr wenig zum Leben, sehr wenig auch zum Konsumieren. Deshalb setzt das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung genau hier an, bei den Wohnkosten von Menschen mit niedrigem Einkommen, und zwar zielgerichtet. Um keine Zeit zu verlieren, haben wir die beiden Gesetzentwürfe vorgelegt, die heute in erster Lesung beraten werden. Und gerade um bevorstehenden Winter schnell und unbürokratisch helfen zu können, sehen wir vor, Wohngeldempfängern mit einem zweiten Heizkostenzuschuss zu unterstützen. Dieser soll im Vergleich zum ersten Heizkostenzuschuss deutlich erhöht werden. Für einen Ein-Personen-Haushalt von 270 auf immerhin 415 Euro, für einen Zwei-Personen-Haushalt von 350 auf ganze 540 Euro und für jede weitere Person im Haushalt 100 Euro zusätzlich. Wichtig ist, dass auch erneut Beziehende von Leistungen nach den BAföG und Ausbildungs- und Berufsausbildungsbeihilfen von dieser Hilfe profitieren. Und sie halten statt 230 Euro nur 345 Euro. Die Wohnkosten sind jedoch so stark gestiegen, dass künftig noch mehr Menschen unsere Unterstützung brauchen. Deshalb sehen wir eine große Reform des Wohngeldes vor, und sie soll zum 01.01.2023 in Kraft treten. Mit dem Wohngeldplus sehen wir vor, den Kreis der Anspruchsberechtigten von bisher 600.000 Haushalte auf rund 2 Millionen Haushalte mit immerhin 4,5 Millionen Menschen zu erhöhen. Zugleich erhöhen wir die Zahlung durchschnittlich von rund 180 auf rund 370 Euro pro Monat. Eine Riesensteigerung. Das heißt also, mit dem Wohngeldplus wird der Kreis der Anspruchsberechtigten verdreifacht und durch die durchschnittliche Monatsrate verdoppelt. Außerdem integrieren wir in das Wohngeld künftig eine dauerhafte Heizkostenkomponente. Hierbei wird nicht die Heizungsrechnung direkt bezahlt, sondern eine Pauschale. Und auch das ist ein wichtiger Anreiz zum Energiesparen. Darüber hinaus führen wir einen Zuschlag ein, der berücksichtigt, dass viele Wohnungen in Kürze energetisch saniert werden müssen und dadurch die Mieten steigen werden. Das ist ein wichtiger Beitrag für eine sozial gerechte Klimawende. Nicht zuletzt wird das Wohngeld auch unbürokratischer und passgenauer. Wir verlängern den möglichen Bewilligungszeitraum von 12 auf 18 Monate. Und wir ermöglichen es den Ländern, einfache, schnelle Auszahlung des Wohngeldes vorzunehmen. Und wenn die Miete erhöht wird, kann das Wohngeld in Zukunft schon jetzt schon angepasst werden, wenn sie um 10 und nicht erst wie jetzt um 15 Prozent steigt. Das Wohngeld ist und bleibt eine der zielgenauesten staatlichen Unterstützungsleistungen überhaupt. Denn es berücksichtigt gleichzeitig Einkommen, Haushaltsgröße und Wohnkosten. Übrigens, und das wissen viele nicht, deswegen werbe ich dafür, auch im selbstgenutzten Eigenheim. Es erreicht somit exakt diejenigen, die es am dringendsten brauchen, darunter viele alleinerziehende Menschen. Und das ist mir auch wichtig. Rentnerinnen und Rentner sind fast die Hälfte der wohngeldbeziehenden Haushalte und Familien mit geringem Einkommen, sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Sehr geehrte Damen und Herren, der Gesetzentwurf für das Wohngeld Plus ist die größte Wohngeldreform in der Geschichte der Bundesrepublik. Er wurde innerhalb kürzester Zeit auf den Weg gebracht. Und ich weiß, dieses für alle Beteiligten, auch für sie natürlich, ein großer Kraftakt. Ich danke den Ländern für ihre Unterstützung und für den intensiven Austausch in den letzten Wochen, genau zu der Frage, wie wir das möglichst unbürokratisch organisieren. Und ich danke den Kommunen, vor allem den Mitarbeitenden der Wohngeldstellen, die sich jetzt schon vorbereiten auf die vielen neuen Anträge. Und auch wenn wir uns zügig an die Umsetzung machen werden, werden die Auszahlungen einige Zeit in Anspruch nehmen. Wo wir als Bauminister mit Vereinfachung helfen können, tun wir das gerne. Und wo wir die Länder unterstützen können, das Wohngeld digital auszuzahlen, wie es schon viele Bundesländer auch tun, helfen wir auch sehr gerne. Ich bitte Sie nun um konstruktive parlamentarische Beratungen, damit wir die Betroffenen mit dem Wohngeld Plus und dem Heizkostenzuschuss schnell und verlässlich unterstützen können. Herzlichen Dank. Klara Geilwitz, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit ihren Ausführungen zum Wohngeld-Plus-Gesetz. Es soll erhöht werden, das Wohngeld, und es soll deutlich mehr Bezieher und Bezieherinnen geben in Zukunft, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt. Jan-Marco Lutschak aus der Unionsfraktion ist der erste Gegenredner, Sprecher für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen. Ich finde, wir haben seit dem Beginn diesen furchtbaren Angriffskrieges auf die Ukraine und der Energiepreise etwas, was fast schon so ein bisschen ein Schema der Ampel ist. Wir haben die Situation, dass wir als Union Vorschläge machen für notwendige Maßnahmen. Wir sehen aber, dass die Ampel dann zögert, dass sie zaudert, dass sie mal grün blinkt, mal gelb. Meistens steht sie aber auf rot. Und irgendwann, nach viel Streit auch in der Koalition, bewegt sich die Ampel dann doch. Aber es ist dann zu spät, halbherzig, und meistens ist es dann auch noch mit handwerklichen Mängeln versehen. Das war beim Entlastungspaket so beim ersten, das war beim ersten Heizkostenzuschuss so. Das war und ist ja immer noch bei der Frage der Verlängerung der Laufzeiten der Kernkraftwerke so. So war es bei der Senkung der Umsatzsteuer auf Energieträger, so ist es bei der Gasumlage, die Moks war, so ist es beim Gaspreisdecke, wo wir immer noch nicht genau wissen, wie genau der ausgestaltet ist, wo jetzt nur klar ist, das wird irgendwann frühestens im März in Kraft treten, also nach dem Winter. Da hat meine Kollegin Julia Klöckner das gestern sehr gut gesagt. Das ist ungefähr so, wie wenn man jemandem nach dem Winter sagt, ich habe hier ein paar tolle Winterreifen für dich, möchtest du nicht kaufen, das ist viel zu spät, die Menschen brauchen jetzt Klarheit, sie brauchen jetzt eine Entlastung, und da kommen sie nicht hinterher, liebe Kollegin von der Ampel. Und genau so ist es auch bei der Reform des Wohngelds. Im März, im März diesen Jahres haben wir als Union in einem Entschließungsantrag bereits gefordert, dass wir einen höheren Zuschuss bei den Heizkosten brauchen, dass wir die Umsatzsteuer auf Gas senken müssen, dass wir eine Ausweitung des Kreises der Wohngeldberechtigten benötigen und dass wir das Wohngeld koppeln müssen an die Energiekosten. Jetzt, Mitte Oktober, sieben Monate später, jetzt ziehen Sie als Ampel endlich nach. Das ist viel zu spät. Sie haben über Monate die Unsicherheit und die Sorgen der Nöte der Menschen nicht ernst genommen. Die warme Wohnung, meine Damen und Herren, das darf doch nicht zu Schuldenfälle werden, genauso wie ein Heizlöfter kein Statussymbol sein darf. Und deswegen müssen Sie schneller sein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel. Und jetzt will ich da einen Satz schon sagen, weil Sie, Frau Ministerin, die Kommunen angesprochen haben, Ihnen gedankt haben dafür, dass Sie sich jetzt schon vorbereiten. Ich weiß nicht, ob Sie mit den Kommunen mal gesprochen haben. Ich und ich weiß, viele Kollegen aus meiner Fraktion haben das auch getan. Die wissen überhaupt gar nicht, wo Ihnen der Kopf steht. Die wissen überhaupt gar nicht, wo Ihnen der Kopf steht, weil das alles so lange gedauert hat. Das ist ja heute schon so, dass in den Wohngeldstellen ein großer Antragsstau ist. Wenn sich aber jetzt die Zahl der Wohngeldberechtigten auf zwei Millionen, fast mehr als verdreifacht, dann fehlt es an allen. Dann fehlt es am Personal. Es fehlt an ausreichenden Büros. Es fehlt an der technischen Infrastruktur. Nichts davon konnte entsprechend vorbereitet werden, weil einfach keine Klarheit war. Weil es jetzt, sieben Monate später, erst kommt. Und deswegen muss man auch klar sagen, wenn das, was jetzt geplant ist, dass zum 1. Januar 2023 die Wohngeldreform stehen soll, in Kraft treten soll, wirken soll, bei den Menschen ankommen soll, das wird aller Voraussicht nach nicht funktionieren. Das ist aber dann nicht die Schuld der Kommunen. Das ist die Schuld dieser Bundesregierung, die viel zu spät gehandelt hat, meine Damen und Herren. Und ich möchte die Kritik vielleicht noch an zwei, drei Punkten festmachen, weil Sie ja im Gesetzentwurf unter anderem in Aussicht stellen, dass das alles jetzt vorläufig passieren soll. Also es sollen vorläufige Auszahlungen gemacht werden. Ich habe mich dann so ein bisschen gefragt, was ist eigentlich der Inhalt dieser vorläufigen Prüfung? Wenn man mit denjenigen spricht in den Kommunen, die das machen in den Wohngeldstellen, dann sagen die, naja, also ich weiß das auch nicht so richtig, die vorläufige Prüfung entspricht im Kern eigentlich der endgültigen Prüfung. Das bedeutet dann aber wieder, dass Sie nicht einen Verwaltungsvorgang haben, dass Sie einmal gucken, hat jemand den Anspruch auf Wohngeld und dem das dann auszählt. Nein, Sie haben zweimal den gleichen Vorgang. Sie müssen erst mal vorläufig prüfen und es am Ende dann noch mal endgültig prüfen, aber mit dem gleichen Schemata. Damit verdoppeln Sie den Personalaufwand, damit verdoppeln Sie den Aufwand und Sie verdoppeln damit am Ende auch die Probleme. Das ist nicht in Ordnung. Damit schaffen Sie nur Verunsicherung, meine Damen und Herren. Und auch handwerklich hat Ihr Vorschlag viele Mängel. Ich will das nur mal an der Systematik der Mietenstufen festmachen, die ja für die Berechnung des Wohngeldes ganz zentral ist. Da sagen Sie zum Beispiel, das würde jetzt geändert werden, da sagen Sie zum Beispiel, dass die Stadt Münster, wo ja nun jeder weiß, wie die Wohnungsmarktsituation in einer Studentenstadt wie Münster ist, nämlich außerordentlich angespannt, da sagen Sie, Münster, das soll gleich behandelt werden von der Mietenstufe wie Mülheim an der Ruhr oder wie Pirna. Das kann man doch keinem erzählen. Man muss doch nur mal einmal gucken, wie die Mietensituation sich dort darstellt. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das hat schon was mit Realitätsverweigerung zu tun, was Sie ja machen, aber mit Realitätsverweigerung hat die Bauministerin ja spätestens seit dem Bündnis zu bezahlbaren Wohnraum auch ein bisschen Erfahrung. Über Monate hat man das Ziel von 400.000 Wohnungen wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Jeder wusste eigentlich, dass das nicht realistisch war. Man hat aber monatelang trotzdem das Aufrechterhalten, monatelang auf einer falschen Tatsachengrundlage verhandelt und damit am Ende verhindert, dass richtige und auch schwierige Entscheidungen getroffen waren. Ich kann nur sagen, beim Wohngeld, bei den Mietenstufen, wie auch an vielen anderen Stellen, mehr Realität würde dieser Ampel guttun, meine Damen und Herren. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, den ich sagen möchte, weil der auch mir wichtig ist. Eine Klimakomponente einzuführen beim Wohngeld, das ist richtig. Dass man einen energetischen Zustand anknüpft, das ist richtig. Dass man das belohnt, wenn ein Vermieter energetisch saniert. Und das natürlich, weil es am Ende eben auch höhere Mieten bedeutet, im Wohngeld sich widerspiegeln müssen. Auch das ist richtig. Nur davon steht in Ihrem Gesetz nicht. Sie führen zwar eine Klimakomponente ein, aber der energetische Zustand eines Gebäudes, also das, wo es eigentlich darauf ankommen sollte, bei der Klimakomponente, der spielt überhaupt keine Rolle. Jeder, ganz pauschal, kriegt diesen Zuschlag. Das ist eine Mogelpackung, genauso wie diese CO2-Bepreise, was Sie jetzt hier als Vorschlag gemacht haben, worüber Sie jetzt in der Ampel streiten. Das ist eine Mogelpackung. Das kann so nicht bleiben, meine Damen und Herren. Und deswegen lassen Sie mich zum Schluss nur sagen, wir unterstützen als Union ausdrücklich die Reform des Wohngeldes. Wir dürfen die Menschen in dieser Energiekrise nicht alleine lassen. Und deswegen nutzen Sie jetzt diese verbleibenden Wochen mit aller Ernsthaftigkeit, die Einkommen richtig zu definieren, Bagatellgrenzen bei Rückforderungen einzuführen, die Klimakomponente zu machen, die wirklich ihren Namen verdient. Damit werden Sie dem Ernst der Lage gerecht. Das, was Sie hier vorgelegt haben, das wird der Lage tatsächlich nicht gerecht. Und deswegen können wir das so in der Form nicht mittragen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Jan-Marco Lutschak war das für die Union. Und er kritisiert, dass das Wohngeld-Plus-Gesetz nicht sozial genug gestaffelt sei, dass jeder, der Anspruch darauf hat, egal wie der Zustand der Wohnung ist oder des Hauses, in dem er wird, Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgründen. Ich bin ein Vorredner von der Union gerichtet. Es ist schon interessant und verwunderlich, wie Sie über das Thema Tempo sprechen. Ich kann mich an einen Minister Ihrer Partei erinnern, der hatte nach Monaten noch nicht mal einen Staatssekretär. Da hingegen haben wir hier ein neues Bauministerium mit dieser Koalition gegründet. Und dieses Bauministerium hat bereits Anfang des Jahres einen Heizkostenzuschuss als Gesetzentwurf vorgelegt, den wir innerhalb weniger Wochen hier beschlossen haben. Und noch ein paar Wochen später hatten die Menschen das Geld auf ihrem Konto. Also insofern bleiben Sie mal bei der Wahrheit. Die aktuellen Energiepreise machen uns allen zu schaffen. Das ist klar. Und es gibt Menschen, die sind sehr viel härter davon betroffen als die allermeisten hier in diesem Raum. Und genau diesen Menschen, die hart getroffen sind, weil sie bereits jetzt hohe Mieten zahlen müssen, im Vergleich zu ihrem Einkommen, diesen Empfängerinnen und Empfängern von Wohngeld, die wollen wir mit diesem Gesetz unter die Arme greifen. Aber da hören wir nicht auf. Wir erhöhen nicht nur das Wohngeld, sondern wir erweitern auch sehr deutlich den Kreis der Berechtigten. Denn die Mieten explodieren in zahlreichen Städten. Und sie stellen zum Beispiel Familien vor große finanzielle Herausforderungen, trotz festem Einkommen. Und zwei Millionen Haushalte, die künftig deswegen das verbesserte Wohngeld beantragen können, das ist ein richtig großer Fortschritt. Das ist eine Verdreifachung. Und dafür vielen herzlichen Dank für den Vorschlag. Gleichzeitig bringen wir erneut einen Heizkostenzuschuss auf den Weg. Damit helfen wir den Beziehern von Wohngeld, aber eben auch BAföG-Empfängerinnen, Berufsausbildungsbeihilfen und Ausbildungsgeld. Die Ampelregierung setzt so ein klares Zeichen. Wir lassen die Menschen mit geringem Einkommen nicht im Stich. Und klar ist auch, das Wohngeld ist ein wichtiges soziales und unverzichtbares Instrument. Aber es packt das Problem nicht an der Wurzel. Mit dieser Förderung unterstützen wir natürlich die Menschen, die es brauchen. Wir finanzieren indirekt, aber natürlich auch die zum Teil viel zu hohen Mieten in unserem Land. Und da müssen wir ran. Und da gehen wir auch ran. Und dazu sage ich Ihnen jetzt gerne, was wir nämlich noch vorhaben in diesem Richtungswechsel. Wir hatten ja beim Thema bezahlbarer Wohnraum und Sozialwohnungen im Jahr 2006 noch 2 Millionen von diesen. Beim Regierungswechsel letztes Jahr waren es nur noch 1,1 Millionen Sozialwohnungen. Und das geht nicht. Mit mehr sozialem Wohnungsneubau und einer neuen Wohngemeinnützigkeit können und werden wir als Ampel gegensteuern. Und dabei geht es nicht nur um den Neubau. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, vorhandene Gebäude auch besser zu nutzen, auszubauen, zu reaktivieren. Viele Kommunen und Wohnungsgenossenschaften haben damit angefangen. Sie haben zum Beispiel Wohnungstauschprogramme, etabliert, sodass zum Beispiel die wachsende Familie mit der alleinstehenden Dame die Wohnung unterschiedlicher Größe tauschen kann, sofern das beide wollen. Und so nutzen wir vorhandene Wohnungen sinnvoll aus. Auch Anbauen oder beispielsweise Dachgeschosse ausbauen, dort neuen Wohnraum zu ermöglichen, ist ein ganz wichtiger Beitrag dazu, ressourcenschonend und zügig zusätzlichen Platz zu schaffen. Fossile Heizenergie ist teuer und widerspricht den Klimazielen. Im Gebäudesektor entsteht rund ein Drittel des gesamten CO2s in Deutschland. Deshalb brauchen wir auch eine strukturelle Veränderung in der Wärmeversorgung. Das ist klar. Die energetische Ertüchtigung und tiefer gehende Sanierung unserer Gebäude muss in der Prioritätenliste weiter nach oben steigen. Es geht um Energieeffizienz, es geht um erneuerbare Wärme. Und nur so können wir die Mieterinnen und Mieter vor weiteren Preissteigerungen wirklich nachhaltig schützen und vermeiden, dass der Heizkostenzuschuss eine Dauerlösung werden muss. Und auch dieser Punkt ist im Wohngeld mitgedacht. Mit einer Klimakomponente gleichen wir eventuelle Mietanpassungen nach einer Sanierung aus. Gleichzeitig unterstützen wir ja auch die VermieterInnen und Gebäudeeigentümer mit zielgerichteten Fördergeldern in der Gebäudesanierung. Im Haushalt stellen wir hierfür Milliarden in zweistelliger Höhe bereit, weil sie eine sinnvolle Investition sind. So wird ein klimaneutraler Gebäudebestand, ein greifbares Ziel, bei dem alle Beteiligten mitgenommen werden und davon profitieren. Herzlichen Dank. Julia Verlin war das, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen. Um die Bürger bereits in diesem Jahr angesichts der gestiegenen Energiekosten zu entlasten, soll es für die Heizperiode von September bis Dezember einen einmaligen Heizkostenzuschuss geben. Er beläuft sich bei einem Zwei-Personen-Haushalt zum Beispiel auf 540 Euro. Roger Beckham jetzt für die AfD. ... die Wohngeld erhalten und die entsprechenden Ausgaben werden mehr als verdreifacht. Wohngeld richtet sich an Haushalte mit Einkommen, Altersrenten oder auch Empfänger von ALG I bis zu einer bestimmten Höhe, wobei diese Einkünfte für die Wohnkostenbelastung eben nicht ausreichen. Inhaltlich geht es bei dieser Reform im Wesentlichen um Heizkosten und angehobene Einkommensgrenzen. All dies führt dazu, dass sich die Leistungen für Wohngeldempfänger deutlich erhöhen. So macht allein der neuerdings vorgesehene Zuschuss zu den Heizkosten rund 2,30 Euro je Quadratmeter im Monat je Bezieher aus. Zudem steigt die Zahl der Anspruchsberechtigten deutlich. So bekam ein Ein-Personen-Haushalt bisher Wohngeld bei einem Einkommen von gut 1.800 Euro brutto. Nun darf man sogar 2.300 Euro verdienen und bekommt Wohngeld. Die Anzahl der Haushalte, die Wohngeld erhalten, steigt damit um 1,4 Millionen auf dann gut 2 Millionen Haushalte. Damit werden dann auch Teile der unteren Mittelschicht erreicht. Und weil das Ganze erst zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt, gibt es noch einmal einen weiteren Heizkostenzuschuss für zahlreiche Bezieher von Wohngeld und anderen Sozialleistungen dieses Jahr. Klingt das gut für Sie? Gerade in Zeiten hoher Inflation und stetig steigende Energiepreise. Aber warum haben wir denn überhaupt so einen hohen Bedarf an Sozialleistungen bis in die Mittelschicht? Denn genau das ist das Wohngeld, eine andere Art der Sozialhilfe. Bisher brauchte die Mittelschicht so etwas nicht. Wofür ist das ein Symptom? Also, was liegt dahinter? Was sind die Ursachen? Nun, die Nebenkosten vieler Wohnungsnutzer sind zu hoch. Diese bestehen vor allen Dingen aus Heizkosten, die derzeit bekanntermaßen eine Richtung kennen, nach oben. Wir erinnern uns, früher war alles besser. Gas, Strom und so weiter waren bezahlbar. Die Nachfrage ist zwar ähnlich wie früher, aber das Angebot ist massiv gesunken. Also steigen die Preise. Die Leute haben wegen des Angebots-Shops im Bereich der Energie sowieso schon weniger Geld in der Tasche. Und viele können ihre steigenden Heizkosten nur noch schwer tragen. Hier ist wohl eine gemischte Ursachenbilanz festzustellen. Also eine Art Putin-Habeck-Scholz-Gaspreis-Pedal. Daher auch die Gaspreisbremse. Und die Mieten? Nun, hier ist es genau andersherum, aber mit dem gleichen Preiseffekt. Das Angebot ist ähnlich wie früher, aber die Nachfrage ist massiv gestiegen. Also steigen auch hier die Preise, genannt Mieten. Es gab einen Nachfrageschock, sodass Wohnungen fehlen. Und woher kommt dieser Nachfrageschock? Zitat. Die Überlastung der Kommunen, die mögliche Überforderung unserer Sozialsysteme oder eine Begrenzung des Flüchtlingsstromes finden weder im Wörding noch im Handeln der Bundesregierung auch nur ansatzweise Berücksichtigung. Es ist nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung in Zeiten ohnehin hoher Zugangszahlen zusätzliche freiwillige Aufnahmeprogramme für Flüchtlinge startet. Oder mit Leistungsverbesserungen für Asylbewerber oder mit der Einführung des sogenannten Chancenaufenthaltsrechts noch mehr Anreize setzt, ins Land zu kommen. Zitat Ende. Könnte das vielleicht stimmen? Ich weiß gar nicht genau, aber was meinen Sie? Das sagte jedenfalls der bayerische Innenminister Herrmann mit Blick auf den sogenannten Flüchtlingsgipfel vor einigen Tagen. Millionen Menschen strömen abermals derzeit unser Land. Und wieder ist, Zitat, diese Zuwanderung aus Drittstaaten, das zeigen viele Studien, im günstigen Fall ein Nullsummenspiel. In den meisten Berechnungen ist sie ein Kostenfaktor, so zu ihrer Faktenlage, Pullfaktoren. Meist geht es um Flüchtlinge oder um Heiratsmigration. Das sind in der Regel eher schlecht ausgebildete Leute. Aus Ländern, die eine große, wenn nicht gar die größtmögliche kulturelle Distanz zu Europa haben. Viele beziehen Sozialleistungen und tragen damit auch nicht im positiven Sinne zur Gesellschaft und zur Wirtschaft bei. Zitat Ende. So ruht Koopmans, Leiter der Abteilung Migration am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin, kürzlich am Beitrag der Neuen Zürcher Zeitung. So viel zur Wissenschaft, meine Damen und Herren. Und genau diese Leute bekommen den Wohnraum, den Einheimische dringend brauchen und müssen in der Regel nicht einmal selbst dafür bezahlen. Fast 900.000 der Einwanderer, ihre Einwanderer von 2015 und 2016, und Sie können mich ja gerne bescheuert nennen, aber es bleibt ja ein Fakt, beziehen Hartz IV oder andere Sozialleistungen. Diesmal hat Putin damit nicht zu tun. Das ist allein Verschulden dieser Regierung und der Vorgängerregierung. Und deswegen, meine Damen und Herren, brauchen wir neben der Gaspreisbremse eine Migrationsbremse. So einfach kann es sein. Denn dieses Land muss sich ändern. Von einem Paradies für Asyleinwanderer ohne Schutzbedürfnis, die meisten haben gar kein Schutzbedürfnis, muss dieses Land zu einer Wüste für diese Menschen werden, die eben nicht schutzbedürftig sind. Das sind wir den Deutschen und allen Einheimischen, allen anderen auch hier, die lange und gerne hier leben sollen, schuldig. Nichts aber sind wir schuldig, den Roma-Familien, Usbeken und den tausend anderen Drittstaatlern, die die Lage in der Ukraine ausnutzen und über diese in unser Land kommen. Und nichts schuldig sind wir auch den Hunderttausenden, die aus dem Nahen Osten und Afrika kommen. Diese Menschen suchen keinen Schutz bei uns. Diese hätten sie in ihren Nachbarländern schon längst befinden können. Nein, sie suchen und finden in unserem Land Wohnungen, Sozialhilfe und dank ihrer Hilfe Staatsbürgerschaften. Genau das hält diese Regierung auf Kosten der Einheimischen für sie bereit. Und die eigenen Leute erhalten dann ein bisschen mehr Wohngeld als Sozialkosmetik. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Die Politiker eines Landes sind zuallererst zum Schutz und Nutzen des eigenen Landes da. Und nur mal als Kontrollfrage, wie lange wollen Sie das so weitermachen? In Afrika kommen alle elf Tage, alle elf Tage eine Million Menschen dazu. Einfach mal googeln. Alle elf Tage eine Million Menschen kommen dazu. Die Gebotenraten sind astronomisch. Allein die Bevölkerung des Afrikas verdoppelt sich bis 2050 von 1,2 auf 2,5 Milliarden. Wie viele wollen Sie hier davon noch einladen? Einige hier haben bestimmt ein paar Wohnungen, ein Ferienhaus. Bringen Sie doch gerne zu sich nach Hause. Und es ist auch Wahnsinn, so hat es doch System. Wir subventionieren auf dem Wohnungsmarkt gegen eine selbstverschuldete, migrationsbedingte Knappheit an, ganz ähnlich wie bei der Energie. Und genauso trifft es auch hier eher die einkommensschwächeren Teile unseres Volkes. Diese Reform des Wohngeldes mit all Ihren Milliarden ist zwar bitter nötig, aber nur deshalb, weil Ihre Politik die entsprechenden Probleme erst hervorgerufen hat. Diese Reform ist letztlich nur ein weiteres Zahnrad im Reparaturbetrieb Ihrer Politik. Ihre Politik macht weite Teile unseres Volkes in Mittelschicht sozial bedürftig. Ihre Politik ist zutiefst unmoralisch und inländerfeindlich. Sichere Grenzen bezahlbarer Wohnraum. Der Bundestag debattiert über das Wohngeld-Plus-Gesetz und den Heizkostenzuschuss. Und der nächste Redner hier kommt von der FDP, Daniel Föst, Sprecher für Bau- und Wohnungspolitik. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Also wie völlig egal der AfD die akuten Nöte der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sind und wie völlig egal dem Herrn Beckham die akuten Nöte sind, zeigt er, dass er lieber über Flüchtlinge redet als über die Sorgen unserer Menschen. Einzig Gute an dem Beitrag war, es war der einzige Beitrag der AfD in der Debatte. Weil wir sind tatsächlich in schwierigen Zeiten. Wir bekommen das ja mit. Die Menschen spüren, sie haben Angst. Kann ich Strom noch zahlen? Kann ich Heizung noch zahlen? Es ist dringend nötig, dass wir aktiv werden. Und deswegen handelt ja auch die Ampelregierung. Wir versuchen nicht nur Strom zu sparen, insbesondere in der Industrie, sondern wir entlasten auch die Bürgerinnen und Bürger, die vor Überlastung Angst haben und die vor der Überlastung stehen. Deswegen kommt ja die Gaspreisbremse. Deswegen kommt ja die Strompreisbremse. Deswegen gibt es ja die Energiepreispauschale. Deswegen werden auch Steuerentlastungen ausgereicht. Das ist ja alles, alles richtig und wichtig. Und dazu gehört nämlich auch, das Wohngeld deutlich zu erhöhen. Und weil die Union mich gerade fragt, wie sieht es denn aus, meine sehr geehrten Damen und Herren? Es sieht leider so aus, dass wir als Ergebnis einer völlig blauäugigen Politik in eine totale Abhängigkeit von russischem Gas geraten sind. So sieht es aus. Und ich muss es jetzt einfach mal hier sagen, weil es mittlerweile auch infrage gestellt wird. Es ist vollkommen richtig, dass wir aus Russland kein Gas mehr beziehen. Es ist vollkommen richtig. In keiner Sekunde stelle ich diese Sanktionen infrage. Nur wir baden gerade aus, was uns hingelegt wurde. Aber zurück zum Wohngeld. Es tut mir leid, Herr Luppertag. Ich versuche es ja zu vermeiden, immer zu erwähnen, dass ihr uns das eingebrockt habt. Aber ihr bettelt ja drum. Jetzt werden wir das Wohngeld deutlich erhöhen und deutlich ausweiten. Und wir Freie Demokraten, wir sind bekennende Fans des Wohngelds, weil es eine sehr zielgenaue Hilfe ist. Weil es genau den Menschen Hilfe gibt, die Hilfe brauchen, für die Dauer, in der sie Hilfe brauchen. Und deswegen stehen wir mit Begeisterung hinter diesem Wohngeld. Ich persönlich sage, es ist besser, den Menschen direkt zu helfen, als allzu viel Geld in Beton zu verbauen. Weil was direkt ankommt und was sofort ankommt für die Dauer, in der es benötigt wird, ist das bessere System. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir das Wohngeld zukunftsfit machen. Da spielt die Heizkostenkomponente natürlich eine Rolle. Es ist wichtig. Die Heizkosten steigen. Brauche ich Ihnen nicht sagen. Es ist wichtig, dass wir die Klimakomponente mit aufnehmen. Das ist wichtig. Und das Witzigste finde ich ja, Herr Luktschak, Sie beschweren sich über die Bürokratie da in Städt. Aber in Ihrer Rede fordern Sie in einer Tour mehr Bürokratie. Ja doch, natürlich. Wir müssen das noch einführen, wir müssen das noch einführen. Und dann müssen wir noch Rückzahlungen machen und das müssen wir noch machen und das noch machen. Sie haben sechs Punkte aufgezählt, wo mehr Bürokratie ins Wohngeld kommt. Und beschweren sich dann bei uns, dass die Kommunen es vielleicht nicht leisten können. Und natürlich werden wir den Kommunen und den Ländern helfen müssen, dieses Wohngeld auszuzahlen. Es ist uns ja bewusst, dass es nicht einfach ist. Deswegen haben wir ja, oder hat die Frau Ministerin Entbürokratisierung mit ins Wohngeld reingepackt. Deswegen gibt es die Möglichkeit, erstmal Abschlagszahlungen zu gewähren. Deswegen gibt es ja mittlerweile auch das System eines digitalen Wohngeldsantrags. Da frage ich mich doch insbesondere auch als Bayer, in Bayern, Herr Kießling, warum ist in Bayern der Wohngeldsantrag nicht komplett digital? Wir haben mittlerweile ein System, das man nutzen kann. Und wenn Kommunen Hilfe brauchen, ein digitalisiertes System beim Wohngeld einzuführen, bin ich mir sicher, werden wir auch noch Hilfe leisten können und müssen. Weil das, was wir jetzt digitalisieren, das wird auch auf Dauer digital bleiben. Zum Abschluss, ein wichtiger Punkt, der klang auch teilweise in der Debatte schon an. Wir sind in ein System gerutscht, und das ist wirklich bedenklich. Ich rede jetzt, Herr Luktschalk, nicht von den letzten 16 Jahren, aber trotzdem. Wir sind in ein System gerutscht, das ist bedenklich. Es ist fast unmöglich, für die Mitte der Gesellschaft, für diejenigen, die gerade in der Mittelschicht angekommen sind, sich Wohnen leisten zu können. Es wird immer schwieriger, deswegen weiten wir auch das Wohngeld aus. Aber es kann ja nicht sein, dass wir ein System haben, das ich entweder auf der einen Seite beim Bauen hochsubventioniere oder auf der anderen Seite bei den Wohnkosten hochsubventioniere. Wir müssen für die Mitte Gesellschaft ein System haben, das von allein heraus bezahlbaren Wohnraum schafft. Und da ist das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, Frau Ministerin, eine wirklich richtige Antwort. Wir müssen mit den Baukosten runter, wir müssen mit den Gedehmigungsverfahren schneller werden. Wir müssen schauen, dass wir mehr, günstiger und schneller bauen, weil wir nicht auf Dauer einen großen Teil der Gesellschaft entweder beim Bauen subventionieren können oder beim Wohnen subventionieren können. Das Wohngeld ist absolut notwendig. Aber damit ist nur der erste Schritt getan. Wir werden noch viel mehr machen müssen, damit wir wieder ein System haben, das günstigen Wohnraum aus sich heraus zur Verfügung stellt. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor ich dem nächsten Redner, der nächsten Rednerin, das Wort gebe, komme ich noch einmal zurück zum Zusatzpunkt 3. Wir haben das Protokoll geprüft und ich erteile dem fraktionslosen Abgeordneten Matthias Helferich einen Ordnungsruf. Wir fahren jetzt fort in unserer Debatte und als nächste Rednerin erhält das Wort Karin Lay für Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Reform des Wohngeldes ist überfällig und sie ist dringend nötig. Deswegen haben wir das als Linke auch mehrfach gefordert und konkrete Vorschläge hier an dieser Stelle eingebracht. Deswegen freut es uns, dass es endlich angegangen wird. Doch leider bleibt der Entwurf unzureichend und Stückwerk. Lange Zeit galt es als unbeschriebenes Gesetz in diesem Land, dass niemand mehr als 30 Prozent des Einkommens für das Wohnen ausgeben muss. Warn. Die Realität ist heute eine andere. Schon jetzt geben 12 Prozent der Haushalte mehr als 50 Prozent aus. Mit der Energiekrise werden es noch deutlich mehr werden. Dieser Zustand ist völlig inakzeptabel. Niemand darf mehr als 30 Prozent des Einkommens für das Wohnen ausgeben. Das sind die Grundfesten unseres Sozialstaates. Und das müsste eine Wohngeldreform auch leisten. Aber nein, Sie machen eine Wohnkostenbelastung von 40 Prozent zum Maßstab. Und das ist völlig inakzeptabel. Und außerdem wird das Wohngeld immer noch kleingerechnet. Also wenn man nur die Mieten der Wohngeldhaushalte zur Grundlage der Berechnung nimmt, also von Leuten mit sehr wenig Geld, dann verzerrt das doch völlig die Realitäten. Man müsste also die Marktmieten zur Grundlage nehmen. Und das Ergebnis dieser Kleinrechnerei bedeutet ganz konkret, dass 187 Gemeinden herabgestuft werden in den sogenannten Mietstufen. Also zum Beispiel auch Städte wie Chemnitz oder Bautzen. Das heißt, hier werden die Zuschüsse praktisch gesenkt durch ihre Reform. Das ist doch wirklich absurd. Und wenn sich in der Kritik an den Mietstufen Herr Lutschak von der CDU und ich einig sind, zum ersten Mal nach zehn Jahren, dann müsste Ihnen das doch wirklich zu denken geben. Und unsere Kritik, die teilt ja nicht nur der Deutsche Mieterbund, sondern auch der Deutschen Städte- und Gemeindetag. Und die sagen, lassen Sie uns doch endlich, Zitat, die empirisch gefestigten Grundlagen einführen zur Berechnung der Mietstufen. Also das ist doch wohl wirklich klar. Ich bitte darum. Meine Damen und Herren, haben Sie schon mal einen Wohngeldantrag gesehen? Also es sind acht komplizierte Seiten, fünf Seiten Erläuterungen, 47 Unterpunkte. Das überfordert viele Menschen. Die Ämter kommen jetzt schon hinterher und haben nicht das Personal, ihre Reform umzusetzen. Längere Bewilligungszeiträume, das finden wir gut. Aber besser wäre es, die bereits bewilligten Anträge zunächst um ein Jahr zu bewilligen. Dann könnten sich die Behörden vollkommen auf die Bearbeitung der neuen Anträge konzentrieren. Immerhin ist der Heizkostenzuschuss pauschal. Das begrüßen wir. Aber an vielen Stellen deckt er nicht die realen Bedarfe. Und was ich wirklich auch dann wirklich unakzeptabel finde, wir haben ja gleichzeitig noch den CO2-Preis, der immer noch alleine von den Mieterinnen und Mietern bezahlt wird. Das heißt, für einen Drei-Personen-Haushalt mit einer Ölheizung reduziert sich der Heizkostenzuschuss dann locker von 640 Euro auf nur noch 450 Euro. Also das reicht doch dann bei weitem nicht aus. Meine Damen und Herren, das grundsätzliche Problem kann keine Wohngeldreform leisten, nämlich Mietenwahnsinn und Spekulation. Viele beziehen nur von Wohngeld. Die wohnen doch bei Vonovia, bei LEG, bei den großen privaten Konzernen. Und denen schmeißen wir jetzt natürlich mit so einer Reform das Geld am Ende des Tages auch noch hinterher. Deswegen kann eine Wohngeldreform nicht das einzige und auch nicht das zentrale Instrument sein. Wir brauchen endlich einen Mietenstopp. Lassen Sie uns das Problem bei den Wurzeln packen. Deswegen brauchen wir ein Krisenpaket Miete, das heißt Schutzverkündigungen, Schutzverzwangsräumungen, Verbot von Indexmieten. Und ja, wir brauchen einen Mietendeckel und einen Deckel für Strom- und Gaspreise. Das fordern wir als Linke. Das hilft gegen Spekulation, gegen Inflation und kommt dem Staat auch nicht zu teuer zu stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir reden heute hier über eine große Wohngeldreform. Aber was sind das eigentlich für Menschen, für die wir das tun? Und mein Wahlkreis, das ist Trier. Und da gibt es auch einige, denen diese Reform zugutekommt. Es gibt zum Beispiel den Rentner. Der hat damals so viel verdient, dass er sich jetzt nicht unbedingt viel sparen konnte für die Rente. Und der zahlt 500 Euro kalt in einem Trierer Stadtteil, nicht mal Innenstadtlage und gibt mehr als die Hälfte seiner Rente für die Miete aus. Es gibt die alleinerziehende Mutter. Und viele können nur ahnen, wie herausfordernd das Leben ist, wenn man natürlich dann auch in Teilzeit arbeitet und damit nicht oder nur mit Mühe und Not über die Runden kommt. Und das sind Lebensrealitäten für viele Menschen in unserem Land. Das sind Leute, die hart arbeiten und die hart gearbeitet haben. Und für diese Leute machen mehrere Euro, mehrere hundert Euro im Monat den Unterschied auch aus. Den Unterschied zwischen einem selbstbeständigen Leben oder dem Abrutsch in Sozialleistungen. Und für mich ist es auch eine Frage des Respekts, worüber wir ja heute reden. Denn diejenigen, die hart arbeiten in unserem Land, die sollen nicht aus ihrer Wohnung fliegen, weil sie sich die Miete und die Nebenkosten nicht mehr leisten können. Und nicht nur in der Krise, sondern dauerhaft. Und dafür ist das Wohngeld da, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erweitern den Bezieherkreis. Wir verdreifachen ihn von 600.000 auf über 2 Millionen Haushalte. Und wir steigern auch die Summe. Und wir haben es eben gehört von der Bauministerin. Es wird eine dauerhafte Heizkomponente geben. Wir werden mit einer Klimakomponente sicherstellen, dass sich insbesondere Menschen mit geringem Einkommen nicht dann die schlechtesten Wohnungen mehr leisten können, sondern dass auch dafür ein Faktor eingepreist ist. Und ganz wichtig, und dafür sind wir heute auch hier, wir müssen auch kommunikativ an das Wohngeld ran. Viele wissen auch nicht, dass sie Anspruch haben. Oftmals ist es noch in der sogenannten Schmuddelecke. Und man hat Befindlichkeiten und möchte da auch nicht unbedingt hingehen. Und diesen Antrag, den wir eben auch gesehen haben, der auch einfacher werden darf und wird, auszufüllen. Und ich finde, jemand, der arbeitet, der sich an die Regeln hält in diesem Land und der trotzdem nicht über die Runden kommt, diese Menschen haben Anspruch auf unsere Solidarität. Und ja, wir haben eben viel geredet über Symptome, über den Wohnungsmarkt. Und wir sind uns dessen bewusst, dass wir hier mit einem Symptom bekämpfen. Aber wir gehen doch natürlich auch ran an die Wurzel des Problems. Vielleicht hat der ein oder andere ja gestern mitbekommen, dass wir da drüben im Kanzleramt gemeinsam waren mit einem Bündnis. Ein Bündnis bezahlbares Wohnen. Dort haben wir 67 Seiten an Maßnahmen festgelegt, damit wir jetzt ins Bauen kommen und damit es einfacher wird und damit wir natürlich auch weiteren bezahlbaren Wohnraum schaffen in diesem Land. Und jetzt erzählen Sie nicht, dass wir hier nur ein bisschen Klein-Kleinkosmetik. Nein, wir packen das Thema Wohnen ganzheitlich an. Mit einem Ministerium, gemeinsam in dieser Koalition, mit Wumms und mit einem Bündnis aus vielen Maßnahmen und vor allen Dingen aus einem Bündnis mit vereinten Kräften, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ja, wir haben auch im Koalitionsvertrag einiges vereinbart. Und wir haben auch noch einiges vor. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der Kollege von der FDP, Buschmann, mit Hochdruck daran arbeitet, dass wir auch die mietrechtlichen Fragestellungen gemeinsam hinbekommen. Denn da haben wir natürlich auch noch jede Menge zu tun. Aber wenn wir an das Wohngeld gehen, wenn wir an das Bauen gehen von bezahlbarem Wohnraum und wenn wir eben jetzt auch dieses Maßnahmenbündel auf den Weg bekommen, dann bin ich optimistisch, dass wir hier niemanden alleine lassen, dass wir es gemeinsam anpacken. Dafür danke ich für die konstruktive Mitarbeit. Und ich sage, legen wir los. Das Wort erhält für die CDU-CSU-Fraktion Michael Kießling. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Fröst, ich möchte mal darauf eingehen, zur blauäugigen Energiepolitik. Wir haben gut gelebt von den günstigen Energiepreisen. Und Herr Scholz wusste ja schon immer, dass Putin sozusagen die Energie verwenden wird, um Krieg zu führen und entsprechend Einfluss zu nehmen. Er war damals Arbeitsminister, war Vizekanzler und Finanzminister, hat den Kurs mitgetragen, am Anfang von Kanzler, als er Kanzler wurde, hat auch die Nord Stream 2 noch verteidigt. Und mir scheint so, Sie wissen heute schon die Fehler, die Sie morgen machen. Das nenne ich blauäugige Politik. Aber jetzt zurück zum Thema Wohngeld. Wohngeld, das ist richtig, dass man es erhöht, dass man es ausbaut und dass man es reformiert. Es ist wichtig, dass wir jetzt auf die aktuellen Herausforderungen antworten. Jan-Marco, Lukas, hat es angesprochen, es kommt zu spät. Wir haben es im März bereits gefordert. Die Leute sind jetzt natürlich auf der Palme und sagen, wie soll ich das denn in Zukunft zahlen? Es soll jetzt Anfang des nächsten Jahres umgesetzt werden. Die Kommunen sind nicht vorbereitet, weder vom Personal noch, wie es funktionieren will. Es fehlt einfach die Planungssicherheit. Und es fehlt der Vorlauf, das auch entsprechender Zeit abzuarbeiten. Und wenn Sie auch im Gespräch sind, wie wir mit den verschiedenen Ebenen im Land und in den Kommunen, dann würden Sie Ihnen das auch bestätigen, dass es so ist. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Sie müssen schauen, dass wir dort schnell sind und dass die handwerklichen Fehler, die dort noch drin sind, auch schnell behoben werden, sodass man das auch entsprechend schnell auszahlen kann und verlässlich auszahlen kann. Die Erwartungen, die Sie schüren, das ist angefangen vom 9-Euro-Ticket, was nicht langfristig durchgeführt werden kann, bis jetzt beim Wohngeld, ist immer, Sie kündigen an, Sie liefern nicht, Sie liefern zu spät oder es bleiben Fragen offen. Und das, denke ich, ist nicht die Politik, die wir in Krisenzeiten benötigen. Auch die endgültige Finanzierung ist ja noch etwas offen. Auch das müssen wir hören. Und dass wir eine Verdreifachung der Berechtigten haben, ist erst mal eine gute Zahl, dass es mir ausgewiesen ist. Aber eigentlich ist es erschütternd, dass wir eine dreifache Verdoppelung haben der Wohngeldempfänger. Es müsste sich eigentlich lohnen, wenn man in Arbeit geht, dass man sich sozusagen mit dem Geld, was man verdient, die Wohnung, die Wärme, den Strom und auch das Leben leisten kann. Und das sehe ich bei Ihrer Koalition überhaupt nicht gegeben. Das scheint auch nicht der Anspruch Ihrer Regierung zu sein. Durch die links FDP-geführte Regierung wird es ja gerade zum Anspruch, nicht zu arbeiten. Wenn man auf das Bürgergeld schaut, beispielsweise, ja nichts, das haben Sie verbrochen oder wollen es verbrechen. Wenn ich nicht arbeite und dadurch mehr Geld bekomme, als wenn ich in die Arbeit gebe, dann habe ich doch ein Problem, dann rentiert es sich doch gar nicht, mehr in die Arbeit zu geben. Das ist doch der falsche Anreiz, meine Damen und Herren. Wer in die Arbeit geht, der soll auch von diesem Geld leben können. Und dieser Lohnabstand und Leistungsabstand, der muss doch auch entsprechend dargestellt werden, meine Damen und Herren. Und wir haben doch die gesellschaftliche Verantwortung zu rechtfertigen, dass mit dem Geld, dass wir von den Steuern, Zahler einnehmen, auch verantwortungsvoll umgehen und auch die nachfolgende Generation entsprechend bezahlen. Und entgegen der Meinung von dem einen oder anderen grünen Abgeordneten kann sich der Staat nicht grenzenlos verschulden und die Zinsen selber festlegen. Wirtschaftspolitik scheint nicht die Stärke der Grünen zu sein, meine Damen und Herren. Und damit handeln Sie nicht nachhaltig. Nachhaltig ist nicht nur Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltig ist auch eine solide Haushaltspolitik und eine faire Sozialpolitik. Und dies für die, die das Geld erwirtschaften und diejenigen, die wir solidarisch entsprechend unterstützen müssen, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich abschließend noch auf einen Punkt eingehen. Das Wohngeld ist ein Bestandteil, unser wichtiger Bestandteil. Ohne Frage, es ist zielgerichtet, weil es auf den Bedarf des Einzelnen entsprechend eingeht, auf die Größe der Wohnung, auf das Einkommen und so weiter. Aber wir brauchen auch Wohnraum. Und das haben Sie geschafft, innerhalb kürzester Zeit eine Vollbremse, eine glatte Vollbremse im Wohnungsmarkt zu verursachen. Wir haben hohe Baukosten, wir haben hohe Energiekosten. Da fehlen momentan die Antworten von der Regierung. Wie reagieren Sie darauf? Was kann man entsprechend anbieten? Sie schrauben die Anforderungen im Wohnungsbau hoch und streichen die Förderprogramme zusammen. Sie vertrösten mit einem lauerbaren Ergebnis das Bündnis, was Sie gestern vorgestellt haben. Wenn wir zurückblicken, hat man einen Hochlauf auf 300.000 Wohnungen gebaut worden. Wir hatten Baukindergeld, wir hatten degressive AFA, wir hatten KfW-Förderung. Jetzt fordern Sie 400.000 Wohnungen. Und das Ganze soll funktionieren mit einem Förderchaos à la Habeck, mit steigenden Zinsen, mit Lieferengpreisen, mit steigenden Baukosten. Das glauben nicht mal Ihre Bündnispartner, die gestern ein entsprechendes Bündnis mit vorgestellt haben, meine Damen und Herren. Und Frau Geiwitz, Sie haben es ja gesagt, die 400.000 Wohnungen werden nicht mehr erreichen, aber sie stehen im Bündnispapier nach wie vor drin. Anstatt klare Konzepte und gezielte investive Maßnahmen wollen Sie mit Prüfauftragen, Evaluation, runden Tischen den Wohnungsbau fördern. Das klingt schön, aber damit wird keine neuen Wohnungen und zumindest nicht schnell neue Wohnungen gebaut, die wir brauchen. Und eins noch, Sie haben völlig recht, Frau Geiwitz, wenn es im Bau Wumms macht, dann ist was kaputt, dann hat was nicht funktioniert. Sie machen einen Doppelwumms, Sie fahren die Bauwirtschaft gegen die Wand. Herzlichen Dank. So, und jetzt kommt Hanna Steinmüller für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kießling, ich habe wirklich versucht, zuzuhören, und es ging ja um 9-Euro-Ticket-Bürgergeld, zwar ein buntes Potpourri, zum Wohngeld habe ich nicht so viel gehört, deswegen probiere ich es jetzt noch mal mit dem Wohngeld, worum es ja eigentlich in diesem Topf geht. Wir wollen sozial gemischte Kieze. Das Wohngeld wurde bereit eingeführt, um genau das zu ermöglichen, damit Menschen mit niedrigem Einkommen sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung leisten können und da wohnen, wo sie wollen. Das ist die Idee des Wohngeldes, und die gilt noch immer, auch wenn wir jetzt zu Recht ganz viel über Entlastung diskutiert haben und die Folgen von Putins Angriffskrieg, die zu steigenden Energiepreisen und anderen Preisexplosionen führen. Also, beim Wohngeld geht es darum, dass wir sozial gemischte Kieze erhalten und wir haben die größte Wohngeldreform der Geschichte der Bundesrepublik. Von ihr profitieren zwei Millionen Menschen in Deutschland, zwei Millionen Haushalte in ganz Deutschland. Rentnerinnen, alleinerziehende Familien, studierende Azubis und Menschen mit kleinem Einkommen. Mit Verena Hubert sind wir gerade schon nach Trier gegangen. Ich würde mal in Berlin bleiben. Was bedeutet das Wohngeld konkret? Es bedeutet für die Rentnerin in Berlin, die eine Miete von 550 Euro hat und ein Gesamteinkommen von 1.200 Euro. Sie hat bisher Anspruch auf 16 Euro Wohngeld. Sehr berechtigt können wir davon ausgehen, dass sie das vermutlich nicht beantragt hat. Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zu 16 Euro im Monat. Das heißt, wahrscheinlich nutzt sie es nicht. Nach der Reform bekommt sie 212 Euro Wohngeld. Das ist fast die Hälfte ihrer Miete. Und wir wandern weiter, weil Berlin ja nicht der Nabel der Republik ist. Für die Familie in Heidelberg zwei Elternteile, ein Kind, Miete 900 Euro, Einkommen 2.800 Euro brutto. Sie haben bisher keinen Anspruch auf Wohngeld. Nach der Reform sind es 311 Euro. Es macht also einen Unterschied. Es bedeutet, dass auch, ich gucke zu meinem Kollegen Kassem-Tahir Saleh, die Alleinerziehende in Dresden beispielsweise sich ihre Wohnung noch leisten kann und nicht umziehen muss. Das ist eine ganz wichtige Veränderung durch die Reform des Wohngelds. Aber es ist heute die erste Lesung des Wohngeld-Plus-Gesetzes. Es gilt das Strucksche Gesetz. Auch wir möchten noch einige Dinge ändern. Das eine wurde heute schon vielfach thematisiert. Die Frage, wie wir es schaffen, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Wohngeldstellen, die wirklich wichtige Arbeit leisten, nicht überfordern. Da müssen wir gemeinsam als Ampel noch mal überlegen. Es gibt viele Vorschläge, dass wir das noch einfacher machen. Das sind wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig. Ich als Grüne habe noch einen zweiten Punkt. So wie die Klimakomponente in diesem Gesetzentwurf ausgestaltet ist, hat sie mit einem sozialen Ausgleich für energetische Sanierung noch nicht so viel zu tun. Ich verstehe, wir sind in einer Situation, dass wir sehr schnell diese Reform durchbringen müssen, weil wir sehr schnell Menschen entlasten wollen. Das ist richtig. Aber ich finde, wir müssen trotzdem noch mal überlegen, was man da drehen kann oder notfalls bei der nächsten Evaluierung eine Klimakomponente einführen, die ihrem Namen dann auch wirklich gerecht wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Ziel beim Wohngeld ist es, dass die soziale Mischung erhalten bleibt. Dafür nehmen wir ehrlich gesagt ganz schön viel Geld in die Hand, um Mieten zu subventionieren. Aber es gibt auch andere Wege, dieses Ziel zu erreichen und an denen müssen wir genauso arbeiten. Wir brauchen eine neue Wohngemeinnützigkeit, damit wir dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Und wir müssen das Vorkaufsrecht wieder rechtssicher einführen, damit Mieterinnen und Mieter nicht weiter verdrängt werden. Dafür werden wir uns Grünen in der Koalition weiter einsetzen. Und ich freue mich auf die Beratung von Heizkostenzuschuss und Wohngeldplusgesetz. Vielen Dank. Hanna Steinmüller war das für die Bündnisgrünen. Der nächste Redner in dieser Debatte, die nächste Rednerin ist Anne König von der CDU-CSU. Verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, fast auf den Tag genau vor sieben Monaten durfte ich hier im Deutschen Bundestag meine erste Rede zum Heizkostenzuschuss halten. Seit Anfang März ist viel Zeit vergangen und immer noch warten die Menschen in unserem Land auf strukturelle und spürbare Entlastungen. Schon damals haben wir als Union erklärt, dass ihre Einmalhilfen der Wirklichkeit hoffnungslos hinterherhinken und bei einer immer weiter steigenden Preise die Kosten auch der Menschen nur minimal abfedern. Ich habe im März schon darauf hingewiesen, dass die Preisexplosion längst die gesellschaftliche Mitte erreicht hat und es eben nicht nur symbolische Hilfen für wenige, sondern strukturelle Lösungen für viele braucht. Denn schon damals war klar, dass ein einmaliger Heizkostenzuschuss nicht reichen wird und dass es einer Wohngeldreform bedarf mit einer integrierten Klima- und Heizkostenkomponente. Und es ist für die Menschen in diesem Land bitter, dass die allermeisten Kritikpunkte aus dem Frühjahr heute noch genauso zutreffend und aktuell sind wie vor sieben Monaten. Denn ihre Herangehensweise hat sich seitdem nicht verbessert. Und eine Lernkurve ist bei ihnen mit bloßem Auge auch nicht zu erkennen. Aber fangen... Applaus Aber fangen wir mal bei der Wurzel des Problems an. Diese Bundesregierung weigert sich hartnäckig, die Angebotsseite in der gebotenen Konsequenz zu erhöhen. Und ihr ist es nicht gelungen, in sieben Monaten einen Vorschlag auf europäischer Ebene zu unterbreiten, wie man Gas aus dem Merit-Order-System rausnimmt. Somit bleiben Strom- und Gaspreise bis auf weiteres hoch. Hinzu kommt, Experten sagen uns seit Monaten voraus, dass uns eine schwere Rezession droht. Man kann nur hoffen, dass ihr sogenannter Doppelwumms für Industrie und Mittelstand nicht zum Doppelflop wird. Irgendwer muss in Zukunft auch unsere Sozialleistungen erwirtschaften. Und wir können nur mit einer starken Wirtschaft unseren Wohlstand erhalten. Zurzeit vergrößert Ihre Politik nicht nur den ökonomischen Schaden, sondern führt auch zu gesamtgesellschaftlichen und sozialen Verwerfungen. Denken Sie bitte auch mal darüber nach, was sollen eigentlich all diejenigen, die arbeiten gehen und kein Wohngeld und keinen Heizkostenzuschuss erhalten, jetzt tun. Auch die Unterstützung für die arbeitende Mitte ist jetzt notwendiger denn je. Zudem braucht es für Geringverdiener und Rentner, die eben knapp oberhalb des Empfängerkreises liegen ebenfalls Lösungen. Alles andere wäre ungerecht. Da es sich heute um die erste Lesung handelt und wir die Regierung im Interesse der Menschen kritisch-konstruktiv begleiten wollen, will ich Ihnen gerne die wichtigsten Kritikpunkte noch mal darlegen. Und ich tue das auch in der Hoffnung, dass Sie diese dieses Mal auch aufgreifen und endlich Verbesserungen vornehmen. Erstens, sowohl der Heizkostenzuschuss als auch das Wohngeld Plus in ihrer jetzigen Form behandeln höchstens die Symptome, das Problem muss an der Wurzel gepackt werden. Erweitern Sie also das Energieangebot und reduzieren Sie dadurch die Preise. Zweitens, lösen Sie zumindest bei diesem Gesetz einmal Ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Da heißt es nämlich richtigerweise auf Seite 8, wir wollen Gesetze verständlicher machen. Stattdessen konfrontieren Sie nun den Bürger mit folgender Formulierung aus Anlage 3. Ich zitiere, das ungerundete monatliche Wohngeld ergibt sich durch Einsetzen der Werte für A, B, C aus Anlage 2 und für M und Y in die Formel nach § 19 Absatz 1 Satz 1 und durch Ausführen der vier folgenden Rechenschritte. Z1 ist gleich A plus B mal M und plus C mal Y, Z2 ist gleich Z1 mal Y, Z3 ist gleich M minus Z2 und Z4 ist gleich 1,15 mal Z3. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, damit provozieren Sie wahrscheinlich Hunderttausende Anrufe bei den Wohngeldstellen vor Ort, weil niemand bei Ihrem Gesetz weiß, ob ihm Wohngeld plus überhaupt zusteht. Sorgen Sie da auch bitte für Klarheit. Drittens, insbesondere der Heizkostenzuschuss erscheint nicht zielgenau. Der festgelegte Betrag kann sowohl in die eine als auch in die andere Richtung stark vom tatsächlichen Preis zum Zeitpunkt des Bedarfs abweichen. Da entstehen Ungerechtigkeiten mit Ansage. Während es für den einen Teil der Empfänger ein auskömmlicher Zuschuss sein kann, weil sie gegebenenfalls in einem energetisch guten Gebäude wohnen, wissen andere immer noch nicht, wie sie die Preisexplosion mit der Einmalzahlung schultern sollen. Wenn Sie die Betroffenen nicht zielgenauer bezuschussen, können Sie quasi jetzt schon über das nächste Nachbesserungsgesetz nachdenken. Und viertens, bedauerlicherweise ist das Geld mit der Verabschiedung von Gesetzen ja auch noch lange nicht bei den Bürgern. Der Aufgabenzuwachs bei den Wohngeldbehörden führt durch die Verdreifachung der Anträge zu langen Wartezeiten. Pro Erstantrag für Wohngeld werden laut Ihren Ausführungen 92 Minuten benötigt. Und ich warne davor, die zu erwartende Antragsflut auf dem Rücken der Mitarbeiter in den Behörden auszutragen. Eine Bundesregierung, die ihren Personalkörper so schamlos aufgestockt hat wie die ihre, muss es jetzt schaffen, die Wohngeldbehörden durch Umschichten und Abordnen von Personal auch wirksam zu unterstützen. Im Übrigen braucht es auch hier eine echte Digitalisierungsoffensive, damit das Geld schneller bei den Menschen ankommt. Abschließend sei gesagt, handeln Sie vor allem weitsichtig. Sieben Monate mussten vergehen, bis Sie wieder tätig wurden. Und jetzt sind wir schon längst in der Heizperiode. Nehmen Sie die notwendigen Verbesserungen an Ihrem Gesetzentwurf im Interesse der Menschen vor. Dann sind wir auch gerne bereit, zuzustimmen. Aber zu einem Weiter-so in ihrer unausgegorenen und unzureichenden Krisenpolitik werden wir keinen Beitrag leisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Ja, mal ganz beeindruckend, so einen Gesetzestext vorgelesen zu bekommen. Sandra Weser jetzt, Vorsitzende im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauen und Kommunen von der FDP. Sehr geehrte Frau Frau Präsidentin, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Union, Sie haben ja jetzt 16 Jahre lang in der Bundes- oder die Bundesregierung geführt. Und jetzt kommt wieder das Jaul, nicht schon wieder. Aber ich kann es Ihnen, ehrlich gesagt, nicht ersparen. Sie regieren in acht Bundesländern mit. Sie stellen hier in diesem Land einen ganz ordentlichen Anteil an Landräten, an Bürgermeistern, an Amtsleitern. Und dann stellen Sie sich hierhin, Herr Kiesling, und sagen und beklagen, dass die Ämter überfordert sind und dass sie nicht in der Lage wären, den Rentnern, den Teilzeitkräften, den Studenten und den Azubis in diesem Land das Wohngeld auszuzahlen. Da müssen wir uns doch die Frage stellen, warum ist das denn so? Ja, weil Sie, wenn Sie in politischer Verantwortung sind, keine Modernisierung und auch keine Reform dieser Verwaltungen angehen. Und weil die Union die Digitalisierung im Bund komplett verschlafen hat und in den Ländern und in den Kommunen, weiterhin verschläft und Sie blockieren sie auch noch zusätzlich. Ja, und weil Ihrem Ministerpräsidentinnen und Präsidenten nichts Besseres einfällt, als immer mehr nach Steuergeld zu rufen, anstatt vielleicht auch mal im eigenen Laden effizient aufzuräumen. Eins ist doch ganz klar, die Ausweitung des Wohngeldes von 600.000 Haushalten auf zwei Millionen, das ist kein Klacks, das ist eine Riesenherausforderung. Aber es ist eben auch ein Grund, jetzt anzupacken, nicht einfach nur Hände in den Schoß, sondern jetzt halt auch mal Ärmel hochkrempeln, auch in den Ländern und hier zählt auch ein Stück weit die Eigenverantwortung. Es gibt Lösungen unter FDP- Regierungsarbeit, Herr Föst hat es eben schon mal erwähnt, haben wir 2019 in Schleswig-Holstein ein komplett digitales Verfahren zur Beantragung von Wohngeld für alle Bundesländer zur Verfügung gestellt. Und jetzt schauen wir mal nach Bayern zum Herrn Kießling, da gibt es ein paar Landkreise, die nutzen das, aber selbst drei Jahre später ist es auch nur ein Bruchteil. Da frage ich mich, wer regiert denn da in Bayern? Und hätten Sie jetzt nicht die letzten 16 Jahre geschlafen, dann hätten wir heute diese moderne digitale Verwaltung und dann könnten wir jetzt in dieser Krise unbürokratisch und auch schnell helfen. Geht aber leider nicht. Und ich will jetzt noch mal so ein bisschen die Metaebene ansprechen. Wir haben in Estland einen Leuchtturm. Wir können da sehen, dass alle relevanten Daten in diesem Land, ob das Einkommen ist, ob das die Anzahl der Kinder ist, die Sozialleistungen, die Kontoverbindungen, alle schon längst in einem zentralen digitalen Bürgerkonto erfasst sind. Und dort kann man einfach mit einem Online-Eintrag jede staatliche Leistung beantragen. Und die werden dann auch online geprüft. Und sowas brauchen wir hier auch in Deutschland. Und wir brauchen hier ein zentrales, digitales Bürgerkonto, wo wir im Prinzip dauernd, anstatt den Wohngeldantrag noch mal per Papier auszufüllen, einfach dann digital reinstellen und innerhalb von einer halben Stunde auch genehmigt bekommen. Das wäre der Weg, den wir gerne gehen würden, vor allen Dingen die FDP. Und ich denke mal, da kommen wir hin, wenn alle Bundesländer mitziehen. Und wenn wir uns nicht immer wieder auf diese ineffiziente Kleinstadterei zurückziehen würden. Als ersten Schritt in die richtige Richtung sollten wir hier Parallelstrukturen abbauen. Das heißt, Verwaltung und Auszahlung von Wohngeld zusammenlegen mit der Grundsicherung. Das heißt, eine Behörde, ein Datensatz, ein digitales Bürgerkonto. Und die Kommunen wären so eben von den Wohngeldanträgen auch entlastet. Das heißt, diese Menschen, die dann entlastet würden, die könnten sich vielleicht auch mal um die Baugenehmigungen für neue Wohnungen kümmern. Wäre auch effizient. Und das heißt, im Ernst, also das kleine Estland macht es uns doch hier jetzt wirklich vor. Und wenn die Ministerpräsidenten im Land wirklich mal diesen Weg gehen würden, dem Bund die Kompetenzen für ein digitales Bürgerkonto zu übertragen, dann fliege ich persönlich morgen mit Ihnen nach Estland und dann fragen wir, ob wir da eben auch die Software zur Verfügung gestellt bekommen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Meine Damen und Herren, vielleicht eine kurze Vorbemerkung vor. Ich schäme mich nicht, links zu sein und links zu sitzen. Ich würde mich aber schämen, wie Sie, Herr Kießling, sich hier den Antidemokraten im Parlament anzubiedern, mit solchen Äußerungen, die sie getätigt haben. Wohngeld und Bürgergeld gehören zusammen. Und wir haben ja noch etwas parlamentarische Beratungszeit, um das zu verdeutlichen. Mit dem Wohngeld haben wir ein wirksames sozialpolitisches Instrument. Es sorgt direkt und zielgenau für Entlastungen. 48 Prozent der aktuell Wohngeldbeziehenden sind Rentnerinnen. 40 Prozent sind Familien, davon viele Alleinerziehende. Mit der Reform haben wir genau diese Menschen im Blick. Ein Rentner in Berlin muss von seiner kleinen Rente hier leben. Eine vierköpfige Familie in Tübingen muss ihre Wohnung bezahlen mit 1000 Euro Kaltmiete. Eine alleinstehende Friseurin zum Beispiel in Datteln arbeitet Vollzeit und verdient jetzt 12 Euro, den neuen Mindestlohn. Was haben all diese Personen gemeinsam? Auf den ersten Blick vielleicht nicht so viel. Doch Sie alle haben ein kleines Einkommen. Ihnen allen helfen Steuersenkungen nicht. Sie alle werden jetzt dank des Wohngeldplusses dauerhaft und kräftig entlastet bei den Wohnkosten. Die Familie in Tübingen hat jetzt Anspruch auf über 800 Euro Wohngeld im Monat, also über 300 Euro mehr im Monat als vorher. Der Rentner erhält bisher rund 75 Euro. Künftig sind es 250 Euro im Monat. Und die alleinstehende Friseurin, die erhält mit dem Wohngeldplusgesetz jetzt erstmal einen Wohngeldanspruch. Und mit dem Wohngeldrechner ist das leicht zu überprüfen. Genau für diese Menschen ist das Wohngeld da. Das Wohngeld ist ein Wohnkostenzuschuss für Menschen mit geringem Einkommen, egal ob sie zur Miete wohnen oder im Wohneigentum. Menschen, die trotz harter Arbeit am Ende des Monats an den hohen Wohnkosten verzweifeln. Menschen, die sich diesen Anspruch aufs Wohngeld erarbeitet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Menschen zu entlasten, ist eine Frage des Respekts. Deshalb bin ich froh, dass wir nun das Wohngeldplus auf den Weg bringen. Es ist ein Teil von vielen milliardenschweren Maßnahmen, die unsere Regierung unter Olaf Scholz auf den Weg gebracht hat. Ich wünschte, dass sich die Landesregierung meines Bundeslands NRW daran auch mal ein Beispiel nimmt. In der Krise heißt es machen statt meckern oder zumindest nicht im Weg stehen, wenn der Bund vorangeht. Und der Kollege Lufschak hat jetzt hier viel gesagt, was schneller gehen muss, was anders gehen muss. Aber ich habe keinen einzigen konkreten Vorschlag gehört, wie er das eigentlich machen möchte. Außer ein Vorschlag habe ich gehört, wie das halt bei der Klimakomponente noch komplizierter wird und noch länger zu prüfen ist. Das ist an Widersprüchlichkeit nicht zu überbieten, meine Damen und Herren. Für die schnelle und ambitionierte und wichtige Erarbeitung des Gesetzentwurfs danke ich unserer Ministerin und dem gesamten Haus herzlich. Meine Vorrednerinnen haben die wichtigen Verbesserungen schon ausführlich dargestellt. Heizkostenkomponente, Klimakomponente und eine Erhöhung der Leistung. Das alles kommt rein, ohne dass das Antragsverfahren komplexer wird. Zentral ist auch die massive Ausweitung der Leistungsberechtigten. Rund zwei Millionen Haushalte können zukünftig das Wohngeld beantragen. Es ist ein wesentlicher Baustein zur Abfederung der Krise. Dafür ist es entscheidend, dass das Geld direkt bei den Menschen ankommt. Und deshalb zählt neben all den guten Dingen, die schon drin sind, die wir hier in Berlin beschließen, vor allem die Umsetzung vor Ort. Ich habe in den letzten Wochen auch, wie einige Kolleginnen und Kollegen das angesprochen haben, auch mit der Praxis gesprochen, in den Wohngeldstellengespräche geführt. Und ich verstehe, dass durch die vielen Neuanträge im nächsten Jahr weitere Arbeit auf sie zukommt. Deswegen sind zwei Dinge jetzt ganz wichtig. Erstens. Wir alle sind uns einig, es braucht Vereinfachung, damit Anträge schneller geprüft werden können und das Geld schneller bei den Menschen ankommt. Da sind aber Bund und Länder gemeinsam in der Pflicht. Wir werden hier genau hinsehen und prüfen, welche praxistauglichen Vereinfachungen noch möglich sind. Zweitens. Wir brauchen in den Wohngeldstellen eine vernünftige personelle Ausstattung. Und hier geht mein Appell ganz besonders an die Länder. Sie müssen doch ihre Kommunen in die Lage versetzen, Stellen zu schaffen und zu besetzen. Denn es ist klar, zur erfolgreichen Umsetzung dieser Reform müssen wir alle, alle an einen Strang ziehen. Und ich hoffe, dass das im parlamentarischen Verfahren noch gelingen wird. Zum Schluss liegt mir eine Sache besonders am Herzen. Wir befreien das Wohngeld mit diesem Gesetz vom verstaubten Image. Liebe Bürgerinnen und Bürger, machen Sie Gebrauch von Ihrem Anspruch. Sie haben sich den Anspruch erarbeitet und verdient. Und wer was anderes sagt, macht Politik auf Kosten, auf Ihre Kosten. Und das finde ich schäbig. Herzlichen Dank. Ja, auf das Wohngeld zu verzichten, das sollte man in der Tat nicht tun. 540 Euro sind das für einen Zwei-Personen-Haushalt. Anja, nein, jetzt gibt es erst eine Zwischenintervention. Vielen Dank, dass Sie es so oft erwähnt haben. Ich glaube, ich bin in keiner Bundestagsdebatte so oft erwähnt worden wie in dieser. Aber zu Ihrer möchte ich schon noch etwas sagen. Was ist falsch an dem Wunsch, die Menschen aus den Sozialleistungen zu führen und dass sie vor dem selbstverdienten Geld auch leben können? Das muss doch unser Anspruch sein. Das muss doch unser Anspruch sein, dass ich, wenn ich Geld verdiene, dass ich einen Arbeitsplatz habe und davon leben kann. Das hat doch nicht mit rechts und links zu tun. Das muss doch der Anspruch sein, einer demokratisch gewählten Partei, dass sich Leistung lohnen muss. Möchten Sie reagieren? Bitte sehr. Also, wenn das Mikrofon funktioniert, dann reagiere ich sehr gerne. Ich habe Sie an einer Stelle angesprochen. Genau, das ist richtig. Und ich glaube, Sie haben verkannt, an welchem Punkt ich Sie angesprochen habe. Ich finde es unanständig, die Bürgergelddiskussion in diesen Kontext einzubringen, als würden wir eben die Menschen, die hart arbeiten, dadurch benachteiligen. Ich frage mich, warum haben Sie nicht zugestimmt, als es um den Mindestlohn ging, wo man ganz konkret hätte helfen können, das, was Sie angesprochen haben, in Realität umzusetzen? Entschuldigen Sie, aber wenn Sie den Sprech der AfD übernehmen, dann benenne ich das ganz deutlich. Und dann tut es mir leid. Ich habe das in der Bürgergelddebatte auch schon verfolgt, dass Sie in der Union zu Recht darauf sehr allergisch reagieren. Aber wenn Sie sich den zu anziehen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie danach benannt werden. Deswegen war es für mich sehr wichtig, diesen Unterschied deutlich zu machen, wenn das dazu beiträgt, dass Sie umdenken, das, was Sie vorgetragen haben, auch dann so in Zukunft äußern. Und da an dieser Politik, an einer Oppositionsarbeit, die konstruktiv ist und die in der Krise verlässlich ist, mitwirken, dann hat ja mein Wortbeitrag, und dass ich Sie direkt angesprochen habe, schon etwas positiv bewirkt. Und da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt hat Anja Liebert das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung hat ja in den vergangenen Monaten bereits eine Vielzahl sozialpolitischer Maßnahmen und Entlastungen auf den Weg gebracht. Denn wir nehmen die Sorgen und die Nöte der Menschen vor den steigenden Lebenshaltungskosten und natürlich auch vor den massiv steigenden Heiz- und Wohnkosten ernst. Und eine bezahlbare, angemessene und sichere Wohnung zählt zu den Grundbedürfnissen aller Menschen. Und mit der geplanten Erweiterung des Kreises der Wohngeldberechtigten adressieren wir ja sehr viele verschiedene Gruppen. Kleine Menschen mit kleinen Renten, Geringverdienende, Alleinerziehende und größere Familien. Aber die Wohngeldreform ist auch ein Instrument, der Stadtentwicklungspolitik. Unser Ziel ist es nämlich, dass Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen nicht an den Rand gedrängt werden, an den Stadtrand oder an den Rand, wo es eben bestimmte Wohnsituationen gibt, sondern auch ein Krankenpfleger oder die Servicekraft in der Gastronomie müssen sich das Wohnen dort leisten können, im Zentrum, wenn sie mögen, ohne lange Pendelwege zur Arbeit in Kauf zu nehmen. Und unser Leitbild der Stadtentwicklung sind die lebendigen Quartiere mit einer vielfältigen Nutzung. Da gehört Arbeiten, Wohnen, Freizeit und Erholung unmittelbar zusammen. Es muss aber auch eine Mischung unterschiedlicher Milieus sein, unterschiedlicher Lebensstile und unterschiedlicher Einkommensgruppen. Und dafür ist natürlich auch die Wohngeldreform da, dass wir diese nutzungsgemischte Stadt erhalten können. Die Wohngeldreform hilft aber auch den Kommunen und insbesondere den finanzschwachen Kommunen. Denn diese werden finanziell von den Ausgaben für die Sozialhilfe deutlich entlastet. Und das schon im nächsten Jahr mit circa 200 Millionen Euro. Und 380.000 Haushalte werden aus dem SGB-II-Bezug, also dem Bezug vom Jobcenter und der Grundsicherung, in den Wohngeldbezug wechseln. Und auch das entlastet die Kommunen deutlich. Und wir müssen mittelfristig natürlich unsere Kommunen beim Bürokratieabbau, bei einem vereinfachten Antragsverfahren und auch mit Hilfe von Digitalisierung, das wurde ja vorhin auch schon angesprochen, deutlich unterstützen. Und im Gesetzentwurf sind ja auch schon einige Maßnahmen vorgestellt, wie man den Verwaltungsaufwand in den Kommunen reduzieren kann. Durch die Verlängerung des Bewilligungszeitraums von 12 auf 18 Monate und mit sinnvollen Übergangszeiträumen von einem ins andere System. Und damit können wir den Ämtern Luft verschaffen. Und es wird trotzdem eine anspruchsvolle Aufgabe für die Kommunen, diese Reform umzusetzen. Wir müssen daher auch an einer besseren Finanzausstattung für die Kommunen arbeiten. Und wir Grünen setzen uns gemeinsam in der Ampel natürlich auch für eine Lösung der Altschuldenproblematik finanzfacher Kommunen ein. Denn wir brauchen Ausstattung und Personal in den Kommunen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion ist der Kollege Martin Diedenhofen der nächste Redner. Ja, und Martin Diedenhofen von der SPD ist der letzte Redner in dieser Debatte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach Heizkostenzuschuss 1 kommt Heizkostenzuschuss 2. Wir kennen es aus der Filmbranche. Ist ein Film erfolgreich, wird schnell ein zweiter Teil nachgelegt. Obwohl wir erst im Frühjahr den ersten Heizkostenzuschuss verabschiedet haben, reden wir heute schon über Teil 2. Aber anders als in der Filmbranche planen wir den zweiten Teil leider nicht, weil wir als Regierungskoalition vom Erfolg des ersten Teils profitieren möchten. Wir machen das, weil es aufgrund der aktuellen Situation ganz dringend notwendig ist. Beim zweiten Teil werden wir, auch wie bei Filmen üblich, noch mal drauflegen und planen jetzt mit 415 Euro. Das ist bitter notwendig, damit Wohngeld- und BAföG-Empfängerinnen und Empfänger eine Chance haben, über die Runde zu kommen. Denn die dicke Rechnung wird spätestens in den kalten Monaten eintrudeln. Und deswegen ist für die SPD-Fraktion auch vollkommen klar, wir dürfen diese Menschen nicht im Regen stehen lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das heißt auch, und da wende ich mich auch noch mal an die Unionsfraktion, dass das Geld schnell zu den Menschen kommen muss. In meiner Heimat Rheinland-Pfalz ist das längst geschehen. Auch die anderen SPD-geführten Bundesländer haben ihre Hausaufgaben gemacht und den ersten Heizkostenzuschuss bereits ausgezahlt. Ganz im Gegensatz übrigens zu den unionsgeführten Ländern wie beispielsweise Bayern. Und da sage ich ganz klar, vielleicht sollte Herr Söder nicht nur heiße Luft produzieren, sondern auch mal wirklich etwas für die Menschen in diesen Krisenzeiten machen. Bei Filmen kommt nach einem ersten und einem zweiten Teil ja häufig sogar noch ein dritter oder ein vierter Teil. Wir haben aber anderes vor, was das Wohngeld angeht. Wir werden nämlich quasi eine Serie nachlegen. Im Zuge der Wohngeldreform werden wir nicht nur den Empfängerinnen- und Empfängerkreis massiv ausweiten, sondern eine dauerhafte Heizkostenkomponente einführen. Und dann wissen die Menschen auch klar, womit sie rechnen können. Sie kennen sicher diese Filme, bei denen man schon am Anfang weiß, dass es ein Happy End geben wird und auch, wie das aussehen wird. In der aktuellen Krise können wir das nicht sagen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Um das Blaue vom Himmel zu versprechen, das überlasse ich an der Stelle auch lieber der Opposition. Was wir aber versprechen können als Ampel, dass wir alles geben dafür, die zusätzlichen Belastungen so gut wie möglich abzufedern und dass wir niemanden in diesem Land alleine lassen. Herzlichen Dank. Dann schließe ich jetzt die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Gesetzentwurf Würfe auf den Drucksachen 19 3936 und 3884 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich sehe keine anderen Wünsche. Dann ist das so beschlossen. Ich sehe nie so. Ich sehe nie.